Oh nein! Oli, das soll ich ein bisschen übertreppen. Und Wohlsfeld, du hast das besser gemacht. Sehr gut, Oli. Das sah doch schon in diesem Liste auch noch mal aus. Da gibt es noch Klicken von einem wie jeden. Da sieht man höchst. 90 Punkte! Hallo! 90 Punkte! Oli, direkt drauf! Da geht noch was, komm! Bericht ab! Hat gewerkt, mehr als 90 werden es wohl nicht werden. Aber auch sehr schnell eingedeutet. Die 104,8 Seiten haben. Egal, ich halte mich an die Regeln. Alex Gräf, als nächstes. Die Stamm Nummer 2. Oh, du weißt doch! Hinsicht dahinter! Nicht Ra�� Nummer 3! Mach das! Alex war übrigens heute der Erste, der seine Stoßschlag hier auf dem Kurs im freien Training zerlegt hat. Deswegen hat er das. Roli! Rolibarische Schaune im weiß-blauen BMW, Silitrius, der lässt das ein bisschen ruhiger anbieren. Das heißt schade, das heißt schade. Nebeneinander, wahnsinnig. Enger geht's nimmer. Das, was da geht. Also, ich glaube, da muss man nichts weiteres zu sagen. Glückwunsch geht an den Roli Harsch. Eine Runde weiter für die Startnummer 14. Und das fette Dankeschön an den Dimitri, dass er zumindest bis hier gekommen ist. Olli, dass er es gut macht. Oh, nee. Er ist gut. Harsch, der Svendlvokat, Gingang an der Stelle. Harsch, der Svendlvokat. Nichts Vorzeichen, der Svendlvokat ging an einer Stelle. Sehr schön. So, jetzt kommt Sprecher. Was geht ab? So, und der Juror hat entschieden, Oliver Hansch wird es in der nächsten Runde gegen Udel-Seen-Aufhabe. Danke an den Sven Burkhardt, an den zu Josef-Piloten, leider das Ausvergehen an dieser Stelle. Oli, jetzt was ich gut gemacht. Und für Oli, ja, stimmt eine Runde wahr. Entspannend für Josef. Ich würde sagen, das ist ausgeglichen, aber ich bin ja nicht der Juror. Oh, was sagt er denn, warum bin ich denn hier vor? Du glaubst, ich werde jetzt gerne ersetzen, oder? Ja, dann tschau schon mal. Du moderierst, ich gebe die Punkte rein. Aber diese erste Durchklage zwischen Uwe Sema und Oli Hansch, so liebe ich das, so lieben wir das, denke ich mal. Da muss die Spannung bis zum Schluss bleiben. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. um zu lassen, hinten dran zu fahren und stoppen. Der Uwe Sehner war in diesem 2. Lauf nicht so nah dran am Olli, wie der Olli des 1. Lauf von Uwe Sehner gewesen ist. Deswegen, Uwe, vielen lieben Dank. Bis hierhin, Olli Arsch, mit Wunsch, eine Runde weiter. Rümmel, braun. Olli, dass er sich gut macht. Und da haben Sie schon die ersten paar Wunden. Olli Arsch, mit Wunsch und Emotionen. So, das war der erste Lauf der beiden. Und wenn jetzt der Remo Nietzsche gleich in der Verfolgung näher am Olli H. stand bleibt, vorausgesetzt die Fahnen fehlerfrei, haben wir den ersten Final-Zahlnehmer mit den Fahnen BMW-Piloten. Aber, wir schauen uns diesen 2. Durchgang erst einmal an. Olli, das war's. Olli, das war's. Jaaa! 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 Das geht weiter. Olli H. ist der erste Final-Zahlnehmer. Aaaaaaa! Eeea! 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 Jetzt Achtung, guck mal, wenn er aussteigt. Und ihr dürft gerne ein bisschen weiter applaudieren, weil ich würde sagen, eine ganz kurze Phase. Ganz kurze Pause, weil der Metcoucher die Start-up Européer wechselt gerade die Reifen und haben uns auch reingefahren. Ich denke, ob wir das gleiche machen. Das war der zweite Lauf. Wo ist denn der Olli? Wo steht er denn? Ach, der ist dort vorne. Ach Gott, ich finde sie nicht mehr. Verlauter rumzoomen, finden sie nicht mehr. Ach, da sind sie. Achtung, Hubsengasse und Achtung, Fahrerlager. Könnt ihr die mal bitte durchdrucken, dass wir die beiden noch mal sehen mögen? Unentschieden wahrscheinlich, ja? Ach doch, mit Sicherheit unentschieden. Ach ja. Ach doch, warte mal. Aber ich denke, das ist fair. Das ist absolut fair. Der Olli freut sich jetzt. Der hat's mal gesagt bekommen. Hüpf dem Auto immer her. Und Metc denkt sich auch jetzt noch mal. Und das ist der sieben Applaus für Mr. Sartre von 13 Towers. Und das ist der sieben Applaus. Und ich denke mal, ein sensationelles Vergebnis zu dem Olli Haus auf Rang 2. Dieen THS. Seit er ist eigentlich immer so geallt. Eben. Das ist richtig. Und ichidoske immer freut sich nicht mehr so auf Rang 2. Bis jetzt jetzt noch auf. Und wenn Tel Eindien etwas die aber 해서 auf Rang 3 Rang 2. Voll! Wahnsinn, Boris! So, der Schatten kommt langsam, aber das macht dem Olli nichts aus und das Falkenteam war auch sehr spitze und traumhaft. So, Volvermann macht langsam die Klappe zu. Es wird unheimlich kühl auf der Tribüne und wie ich gesagt habe, im Bodenwald da hinten, da gewittert es. So, der Schatten ist. 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 So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin da. Vielen Dank. Vielen Dank.